Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo ihr Speed Learner da draußen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Und heute geht es darum, die Neuheiten auf der Plattform Speed Learning School vorzustellen Wir sind der Meinung, dass Bildung für jeden erschwinglich sein muss Jeder soll profitieren und aus diesem Grund haben wir uns entschieden Diese Plattform nicht nur für Schüler aufzubauen, sondern eben auch entsprechend für Erwachsene Und ich möchte Euch heute mal so ein bisschen erklären, was Euch überhaupt auf dieser Plattform erwartet Wenn Ihr Euch dort registriert Wer ein Produkt bei uns im Shop der Speed Learning Academy gekauft hat Bekommt automatisch für einen bestimmten Zeitraum ein Profil bei der Speed Learning School freigeschaltet Und Schulen haben die Möglichkeit, eine Schullizenz zu bekommen Dazu sage ich aber später noch was Ansonsten ist das ganze Prinzip so ähnlich aufgebaut wie Netflix Nur, dass es deutlich sinnvoller ist, sich mit dieser Plattform auseinanderzusetzen Als Netflix-Filme zu gucken Also, wenn Ihr auf die Startseite geht Speedlearning.school Dann seht Ihr verschiedene Bereiche erstmal Nämlich den Bereich Speed Learning Auf der linken Seite im Header Dort findet Ihr zum Beispiel unser Gedächtnistraining Ihr findet unseren Mathe Insider Ihr findet einen Link zum Schulwissen Den Link zu den Fremdsprachen Und eben entsprechend den Link zu den Inhalten der Speed Learning Podcasts Und zwar in chronologischer Reihenfolge aufgelistet Sodass Ihr auch ältere Folgen, die zum Beispiel jetzt schon zwei oder drei Jahre her sind Mit speziellen Techniken und Themen nochmal leichter findet und Euch anhören könnt Was haben wir noch Dann haben wir Schulwissen Beim Schulwissen haben wir aktuell Den Lernstoff der Grundschule drin Erste bis vierte Klasse Das werden wir jetzt aufbereiten Für die weiterführenden Schulen Sodass wir hier den Lernstoff bis zum Abitur einschließlich vorhalten werden Dann haben wir den Bereich Erwachsenenbildung Das ist etwas, was wir neu aufgenommen haben Und zwar möchten wir auch Erwachsenen natürlich die Möglichkeit geben Hier enorm zu profitieren Wir haben auf der Seite aktuell den Bereich Fremdsprachen Im Bereich Fremdsprachen könnt Ihr mithilfe des Avatar Trainings Aktuell Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Ukrainisch lernen Und auch gleichzeitig Menschen, die Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Ukrainisch Als Muttersprache haben, die Möglichkeit geben, Deutsch zu lernen Für all diese Sprachen haben wir auch einen Podcast Es gibt also den Podcast Speed Learning Deutsch Speed Learning Englisch Speed Learning Französisch Speed Learning Italienisch Speed Learning Spanisch Und Speed Learning Ukrainisch Bei Spanisch muss ich ganz ehrlich sagen Die Vorbereitungen sind noch nicht ganz abgeschlossen Das heißt, wir haben heute den 19.05. Wir werden bis Ende nächster Woche Spanisch auf der Plattform haben Und auch entsprechend als Podcast Könnt Ihr dann alles entsprechend sehen Wir werden darüber hinaus Aktuell haben wir so das Niveau A1 verlinkt Mit je nach Sprache 17 bis 27 verschiedenen Videos Wir werden hier aber auch noch weiterführende Inhalte für Fortgeschrittene hochladen Alles bis Ende des Monats Dann haben wir den Bereich Sport Bei der Erwachsenenbildung Dort haben wir einmal unser Fitnesstraining drin Und auf der anderen Seite unseren Yoga-Kurs Und gleichzeitig auch einen Für diejenigen von euch, die Kampfsport machen Ein paar Karate-Videos Und die werden wir sukzessive auch weiter aufbauen Hier kommen auch noch weitere Videos rein Zu verschiedenen Sportarten Mit Tipps für Golfer Beim Tennisspielen, beim Skifahren Und was man eben so an Sport treibt Dann haben wir die Bereiche Persönlichkeitsentwicklung Auf dieser Seite haben wir aktuell unsere Hypnoseausbildung Den Grundkurs Hypnoseausbildung Wir werden dort auch einen Selbsthypnose-Kurs Bis Ende des Monats online stellen Außerdem ist ab Juli ein Rhetorik-Kurs geplant Ab August ein Zauberkurs Also wie kann man so ein kleines Zauberprogramm durchführen Bei dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung Werden aber auch noch weitere Workshops kommen Wir haben einen Meditationskurs aktuell fertig Wir haben einen kompletten Klavierkurs fertig Wir haben einen kompletten Zeichenkurs fertig Kochkurse werden online gestellt Beziehungsweise das haben wir dann auch in dem Bereich Schulküche Das seht ihr auch oben dann als nächsten Punkt im Header Und dann natürlich der Bereich Business Der ab 1. Juli geöffnet wird Im Bereich Business findet ihr dann so Sachen Wie beispielsweise Aufbau von Websites Programmieren von Websites Marketingstrategien Finanzmanagement Führungskräfte-Coaching Auch den Bereich Rhetorik Dann werden wir das Wissen für den Heilpraktiker Psychotherapie, das Wissen für den großen Heilpraktiker Online stellen Wir werden medizinisches Wissen online stellen Psychologisches Wissen nochmal speziell Also zum Beispiel, was mache ich bei bestimmten körperlichen Krankheiten Woran erkenne ich sie Und was kann ich als erste Selbsthilfemaßnahme machen Wir werden Informatik wissen Naturwissenschaft, Geschichte Also alle Lebensbereiche, die man so braucht Handwerkliche Tipps werden so Lifehacks online stellen Also Tipps und Tricks für ein leichteres und einfaches Leben Und das alles werden wir auf dieser Plattform haben Es kommen aktuell jede Woche jede Menge Videos dazu Ihr könnt also da jederzeit drauf gucken und euch das angucken So, wie funktioniert jetzt diese Plattform? Das Ganze ist ganz einfach Ihr klickt auf der Startseite einfach auf Jetzt anmelden Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr entweder Ein monatliches Abo abschließen wollt Das liegt bei 15 Euro im Monat Oder ein Jahresabo Das sind dann 120 Euro im Jahr Wichtig ist, dass ihr ankreuzt Bei der Buchung, dass ihr es als Abo haben wollt Ihr könnt dieses Abo jederzeit beenden Nur in dem Moment, in dem ihr das Abo beendet Ist die Website für euch auch gleichzeitig wieder gesperrt Das heißt, solange ihr das Abo habt Ist die Website für euch zugänglich Wenn ihr das Abo kündigt Dann könnt ihr euch auch nicht mehr auf der Website einloggen Ja Darüber hinaus habt ihr Wie gesagt noch den Bereich Schulküche Wir haben auch den Bereich Schulgarten noch vorbereitet Mit vielen, vielen Tipps Rund um das Thema Gärtnern Aber erstmal hier noch Die Schulküche Hier gibt es im Grunde Frühstück, Pausenbrot, Mittagessen Snacks, Abendessen Partyessen und Getränke Hier auch zahlreiche Videos Wenn ihr mal nicht wisst Was ihr kochen sollt Oder was ihr mit auf die Arbeit Oder in die Schule mitgeben sollt Findet ihr hier viele wichtige Gesunde und ausgewogene Mahlzeiten Und schließlich haben wir das Sekretariat Das Sekretariat Das gibt euch die Möglichkeit Fragen zu stellen Oder euch auch als Lehrer zu bewerben Wenn ihr zum Beispiel sagt Mensch, ich habe eine bestimmte Expertise Ich kann einen Origami-Kurs anbieten Ich kann Buchhaltung super erklären Ich kann einen Jonglier-Kurs anbieten Ich erkläre den Teilnehmern Wie man ein Buch schreibt Wie man ein Buch vermarktet Ich erkläre, wie man einen Investor findet Wenn man ein Unternehmen gründen möchte Ich erkläre, wie man die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer besteht Ich erkläre, wie Kryptowährungen funktionieren Ich kenne mich aus mit afrikanischer Geschichte Ich erkläre, wie man aus Ton Bestimmte Dinge modelliert Was auch immer euch einfällt Vielleicht auch schon ein fertiger Kurs ist Den ihr zur Verfügung stellen wollt Bewerbt euch einfach Wir besprechen dann die Konditionen Und dann habt ihr die Möglichkeit Eben jeden Monat von dieser Plattform Auch selbst zu profitieren Wenn eine Schule Interesse an einer Zusammenarbeit hat Dann haben wir ein ganz einfaches Konzept Eine Schule zahlt im Grunde für eine Schuldizenz Pro Schüler im Monat 2,50 Euro Also hier haben die Schulen die Möglichkeit ihren Schülerinnen und Schülern kostenlos diese Plattform anzubieten Bei einer Schullizenz haben die Lehrer alle kostenlosen Zugang auf diese Plattform Dann kann man Wünsche und Verbesserungsvorschläge schicken Das bedeutet, ihr habt zum Beispiel jetzt ein aktuelles Thema Sagen wir mal Ihr bereitet euch auf die Prüfung zum Bootsführerschein vor Oder auf den LKW-Führerschein Und wollt da noch ein paar Tipps Und einen Kurs zu diesem Thema Dann brauchen wir für gewöhnlich 14 Tage Um so einen Kurs aufzusetzen Und euch da entsprechend zu unterstützen Also wenn ihr Verbesserungswünsche habt Oder spezielle Wünsche Nicht erst einen Tag vor der Prüfung Sondern schon ein bisschen früher auf uns zukommen Und dann könnt ihr jederzeit Wenn ihr Schüler an dieser Speed Learning School seid Wenn ihr also registriertes Mitglied seid Habt ihr jederzeit die Möglichkeit Einen Telefontermin mit dem Direktor Das wäre in dem Fall ich zu vereinbaren Da werdet ihr auf den Online-Kalender weitergeleitet Und könnt dann jederzeit ein 15-minütiges Coaching-Telefonat vereinbaren Also ihr seht Es lohnt sich auf jeden Fall Und als Podcast-Hörer Habt ihr jetzt noch ein spezielles Goodie, das ihr von mir bekommt Und zwar könnt ihr Wenn ihr mir eine Entweder eine E-Mail schreibt An info at speedlearning.school Oder eine WhatsApp An 0173 368 2780 Habt ihr die Möglichkeit Die Plattform Speed Learning School Einen Monat kostenlos zu testen Ich brauche lediglich eure E-Mail-Adresse Und dann lege ich euch Ein Profil für einen Monat an Könnt das also einfach mal ausprobieren Und danach selbst entscheiden Ob ihr das nutzen wollt Und wie lange Ja Ansonsten Habe ich wie gesagt neue Podcasts Jetzt am Start Wir haben Jetzt freitags Immer den Podcast Zum Englisch Lernen Das ist quasi die Ergänzung Das ist quasi die Ergänzung Zu unserem Avatar Training Das wir auf der Webseite haben Dort hört ihr den Avatar Mit mir gemeinsam trainieren Dann haben wir Also das kommt freitags Englisch Dann haben wir Samstags Französisch Sonntags Deutsch Zum Deutsch Lernen Und Montags haben wir aktuell Italienisch Und Ukrainisch wird auch donnerstags freigestaltet Dieser Podcast hier normalerweise morgens um 6 Und heute bin ich ein bisschen später dran Aber normalerweise morgens um 6 Und Der Ukrainisch Podcast Dann entsprechend abends gegen 18 Uhr Also immer wird dann Langfristig Wenn wir dann auch noch die Sprachen Spanisch werden wir dienstags freischalten Dann haben wir auch Niederländisch Für Mittwochs Und dann werden wir Freitagnachmittags Griechisch haben Und dann haben wir noch Polnisch auf dem Schirm Arabisch Russisch wird es auch geben Dann sind wir noch am gucken Was wir noch machen Portugiesisch Also da wird es überall Podcasts auch zu geben Um die Sprache eben leichter und besser zu lernen Gut So und jetzt Schaut doch einfach mal vorbei Bei speedlearning.school Verschafft euch schon mal einen ersten Einblick Beziehungsweise schreibt mir eine E-Mail an Info at Sven Nein Info at Speedlearning.school Oder Eine WhatsApp An die 0173 368 2780 Und Fordert einfach euren kostenlosen Zugang an Ich freue mich darauf von euch zu hören Und wenn ihr ansonsten Wünsche habt Auch Fragen Die hier mal im Podcast beantwortet werden sollen Gerne Die Frage Den Wunsch Mit anfügen Und dann berücksichtigen wir das beim nächsten Mal Bis dahin Habt eine gute Woche Und Danke fürs Einschalten Danke fürs Zuhören Und Danke Für eure Treue Bis dann Tschüss Das war eine neue Folge der Podcast Reihe Speedlearning Die Erfolgstechniken für dich und dein Leben Und wenn du auch Teil der großen Speedlearning Community werden möchtest Dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school Registriere dich und werde Speedlearner Das war eine neue Folge der 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 Folge Bis zum nächsten Mal.